Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht schon am Titel, ich habe eine kleine Reaction für euch vorbereitet. Ich halte es jetzt nicht zu lang, ihr habt es alle wahrscheinlich schon mitbekommen, heute Nacht wurde der GTA 6 Trailer geleakt, tatsächlich. Eigentlich sollte er jetzt erst um 15 Uhr deutscher Zeit öffentlich werden, wurde heute Nacht schon geleakt. Ich habe mir das eigentlich vorgenommen, so eine Art Live Reaction zu machen, das sofort hochzuladen. Ich glaube, ich habe auch mal ein paar Klicks bekommen hier, aber wir machen es jetzt nachträglich, ungefähr 10 Stunden später. Mein Gott, ist jetzt halt so und deswegen gehe ich jetzt auch direkt rein. Vorab nur kleine Informationen oder beziehungsweise einfach so ein paar Thoughts on GTA. Ich bin ja ein absoluter GTA-Fan, also ich habe wirklich jeden Teil mehrmals durchgespielt, online tatsächlich auch super viel Zeit reingegindet, mehr im Privaten tatsächlich. Das Einzige, was an mir immer so ein bisschen vorbeigegangen ist, ist diese ganze RP-Szene in GTA 5. Und ja, wir schauen jetzt hier einfach mal rein. Vice City war tatsächlich auch oder ist in meinen Top, ja sogar Top 2, Top 1, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also GTA 5 ist halt schon einfach ein mega krasses Game und GTA San Andreas ist bei mir auch sehr weit oben. Allerdings muss ich sagen, Vice City war immer so das Nonplusultra. Ich fand aber auch tatsächlich diesen 80s-Modus, diesen 80s-Style immer mega krass. Und deswegen schauen wir jetzt mal, was uns denn jetzt hier in diesem Trailer wartet. Ich meine, viele werden es jetzt schon gesehen haben, wir werden aber natürlich einfach noch ein bisschen darüber quatschen. So, und da geht es auch schon direkt rein in den Trailer. Ja, und da muss ich natürlich sagen, da weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt einfach ein Video. Aber ich finde hier schon alleine, wie, also ist das jetzt In-Game-Footage oder nicht? Ich glaube, das, was ich jetzt so auf Twitter und so gelesen habe, es ist super viel In-Game-Footage auf jeden Fall in dem Trailer zu sehen. Aber natürlich auch Cinematics. Wir wissen aber natürlich auch schon von GTA 5 oder eigentlich auch von den Teilen davor, dass viele Cinematics oder fast alle Szenen, die so cinematisch gezeigt werden, immer In-Game-Grafik waren. Und dementsprechend kann man sich auch hier, auch aus dem letzten Trailer von GTA 5, wenn man sich mal daran zurückerinnert, ich meine, ist schon lange her, das war ja auch alles In-Game. Das bedeutet, das, was wir jetzt hier sehen, diese ganzen Häuser, diese ganze Skyline, die ist auch wirklich am Start, dieser Strand ist wahrscheinlich auch so gut besucht, wie er jetzt hier ist. Und das ist natürlich was, worauf ich mich am meisten freue, also, dass die Städte tatsächlich noch belebter sind. Ich war damals bei GTA 5 schon extremst gehypt darüber, dass wenn man irgendwie in den Hollywood Hills stand und auf die Stadt geblickt hat vom Mausoleum oder sowas, wenn man da diese ganzen Lichter gesehen hat und das wirkte so übelst belebt aus, allerdings war es da noch so. Und da muss man natürlich auch sagen, wir sprechen hier von einem Spiel, was über zehn Jahre alt ist, oder was zehn Jahre alt ist, da ist es halt einfach so, das Ganze war wahrscheinlich technisch auch nicht so möglich, dass man das so krass belebt, weil die Maschinen das alle noch nicht geschafft haben. Ich glaube, die erste Version kam sogar noch für die PlayStation 3 raus, also dementsprechend, oder war das, das war die PlayStation 3, bin ich mir fast sicher. Ähm, aber da lief es gar nicht gut, dann war es in der meiste Zeit auf der PlayStation 4, genau, und dann kam es jetzt sogar noch für die PS5 raus, also bin ich sehr gespannt, äh, wie belebt vor allem, weil City sein wird. Und ja, gehen wir mal direkt weiter. Steht da auf dem, auf dem Flugzeug steht da irgendwas drauf? Habe ich da irgendwas verpasst? Nein, nein. Bei 6, 9, when you can, 9, I, 9, ich weiß nicht, ob das irgendwas bedeutet. Ja, why 69, when you can, when you can, 9, 1, 9, achso, keine Ahnung, Digga. Ja, scheiße. Ja, aber das, also ich finde, es sieht alles ultra gut aus. Mucke, Mucke ist natürlich schon AT-Style, aber ich habe gehört, dass das Spiel in der heutigen Zeit spielen soll, also sie versuchen zumindest hier so ein bisschen äh, emotional, ne, äh, zu reaktivieren, wie bei City auch uns in Erinnerung geblieben ist, in den 80ern, aber ich meine, es ist, äh, oder es wird in der heutigen Zeit spielen. Das werden wir aber auch gleich noch sehen, tatsächlich. Ja, hier, auch die Szene fand ich eigentlich ganz cool, weil ich hatte das Gefühl, ja, sie haben jetzt nochmal gerade in der Grundausrichtung, wie die Autos so rumfahren und aussehen, tatsächlich einiges getan. Äh, na hier, Raytracing oder wie war die Scheiße, da nennen wir das Spiel gelungen, ist natürlich insane. Äh, hier sieht man auch einiges an, äh, Customized Autos, also da wird man wahrscheinlich auch wieder einiges machen können und Hubschrauber von der Polizei darf natürlich auch nicht fehlen und, ja, hier schöne Häuser, Graffitis. Ich war persönlich jetzt noch nie in der Miami, aber wir alle hatten, äh, schon mal dieses Gefühl, beziehungsweise alle, die schon mal in L.A. waren, seit GTA 5 existiert, ähm, und die viel GTA 5 gespielt haben, also ich weiß noch ganz genau, dass ich vor ein paar Jahren mal in L.A. war und ich dachte, boah, Bro, ich kenn das ja alles, da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze hier, äh, ausgehen wird, also wie detailgetreu wirklich die Stadt nachgebaut wurde, äh, also Miami ist ja quasi hier das Vorbild sozusagen und, ähm, ich hab jetzt sogar von Daily Dose auf Internet einen Tweet gesehen, dass er seine Wohnung hätte sehen können, aber ob er jetzt wirklich in Miami wohnt, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, aber wäre auf jeden Fall interessant, wenn Leute, die in Miami wohnen, sogar durch ihre eigene Stadt wirklich laufen könnten, also das fände ich schon ziemlich insane. Ah, hier Nightclub, hier Tattoos, okay. Das ist natürlich für mich auch ein cooles Bild, ne, dass man hier auch sieht, die Dämmerung, äh, wie wird das alles aussehen, wie ist so ungefähr, ähm, die Atmosphäre, ähm, bin ich, bin ich sehr gespannt, auch hier natürlich der Strip sozusagen oder der Boulevard, hier auch, äh, mit den ganzen krassen Autos und es sieht auch hier, finde ich, immer noch teilweise so aus, hier so Oldschool, Ferrari und so, also das ist natürlich schon, die haben es schon versucht, in dem Trailer so ein bisschen zu reaktivieren, mit dem 80s-Style und so, aber wir wissen, äh, hier wird ein Smartphone hochgehalten, also es ist auf jeden Fall moderne Zeit. Na, hier Club-Szene, auch das, äh, fand ich sehr beeindruckend, da sind die Straßen wirklich genau so voll sein werden, wie hier jetzt angezeigt, und man auch wirklich eine Zeit lang braucht, bis man jetzt hier von Stadt zu Stadt fährt, also es wird sowohl, wenn man den Maps, den Leaks, äh, Glauben geschenken darf, äh, wird es verschiedene kleinere Städte geben, beziehungsweise West City ist aufgeteilt, äh, in eine Hauptstadt, und dann, äh, verschiedenste kleine Städte, auch hier natürlich, wie weit sichtig das Ganze ist, ähm, also das, der, der Punkt für mich ist eigentlich, warum ich das Spiel auf jeden Fall, ähm, hype für mich, ist die, die Lebendigkeit der, äh, der Stadt. Also wenn sie es wirklich hinkriegen, dass man das ohne den krassesten NASA-PC, beziehungsweise ich glaube auf PC kommt es dann ja irgendwie auch erst ein Jahr später oder so, ist glaube ich Konsole exclusive, ich weiß jetzt gerade nicht auf Playstation oder Xbox, ich gehe mal von Playstation aus, ähm, dann, äh, ja, bin ich sehr gespannt, ob es auf der nächsten Playstation dann erst sein wird, ähm, über das Datum und so sprechen wir gleich noch, gehen wir mal erstmal weiter rein, hier sehen wir halt Social Media, Networking, ähm, Live auf TikTok mit den Krokodilen fand ich sehr interessant, ich habe den Trailer halt vor schon einmal kurz gesehen, heute Nacht, ähm, wirkt ein bisschen so, als würde das Chaos in der Stadt ausbrechen, teilweise, auch hier mit dem Schlamm und alles, auch da bin ich natürlich sehr gespannt, wie das alles ausgehen wird, ähm, Thrilly Billys oder Thrillbilly Mudklop, Digga, äh, was die so zu tun haben, auch hier wieder irgendwie so ein TikTok abklatscht, also gerade was die so mit TikTok machen werden, oder mit diesem Social Media Bereich, bin ich auch sehr gespannt, weil ich weiß, bei GTA 4 wurde erstmals das Internet quasi in das GTA-Universum eingefügt, und bei GTA 5 konnte man ja auch schon so ein bisschen was machen, konnte ein bisschen surfen, und ich würde mir auch voll wünschen, dass man hier so ein interaktives Internet hat, dass man halt wirklich vielleicht Posts schreiben kann, dass man irgendwas machen kann, dass man vielleicht auch live gehen kann, dass das Leute sehen können, ähm, das fände ich irgendwie total interessant, bin ich sehr gespannt, was sie damit machen. So. Ja. Wir haben ja schon herausgefunden, es wird zwei spielbare Charaktere geben, eine männliche Person, eine weibliche Person, und äh, das ist so ein Bonnie-Kleid-Ding dann wahrscheinlich, also so wohl ein Pärchen, und da wird man vermutlich so hin und her switchen können, wie bei, äh, Trevor, Franklin und, äh, Mike, und da bin ich natürlich, äh, ja, gespannt, wie sich das dann auswirkt, oder ob man sich für eine Person am Anfang entscheiden muss, ähm, ich muss sagen, bei GTA 5, ich fand's ein bisschen wüst, ich fand's eigentlich bei GTA immer cool, dass man so eine, also, dass man so einen Charakter hat, ähm, hier natürlich cool, dass man jetzt auch mal eine weibliche Person spielen kann, ähm, und, ja, bin ich, bin ich natürlich gespannt, wie sie das dann lösen, also, ich kann mir halt vorstellen, dass, ähm, man da einfach zwischen den beiden immer her switchen kann, vielleicht kann man den Singleplayer, das ist ja auch schon in der Spekulation, auch mal endlich im Koop spielen, das wäre auch mega, muss ich sagen, also, wenn du die Option hast, dann kann's halt nicht wehtun, ich denke, wenn du mehr bekommst, dann ist es eigentlich immer nur gut, und wenn du auch mal die Story zu zweit durchspielen könntest, fände ich das jetzt nicht verkehrt, also, bin ich, bin ich ehrlich, also, äh, wird man dann natürlich sehen, so, wie gesagt, auch hier wieder irgendwie Instagram, TikTok oder so, was sie jetzt hier zeigen, also, in dem Trailer wird sehr viel Social Media Kram gezeigt, also, sehr viel so, oh, ich filme alles mit, ähm, bin ich, bin ich noch ein bisschen, äh, curious, was das jetzt, äh, mit sich bringt, wie wichtig wirklich Internet, Social Media, Handys, Smartphones und so in GTA dann wirklich, äh, werden, oder ob das überhaupt eine wichtige Rolle spielt, äh, wird man dann halt sehen, wir gucken nochmal eben weiter, dann nochmal die beiden Charakter, ich hab die Namen jetzt nicht im Kopf, wurden auf jeden Fall schon, äh, geleakt oder, ja, veröffentlicht, ähm, ja, und dann halt wieder das White City Design, wie man's eigentlich von früher kennt, ähm, ja, das ist eigentlich schon der, der ganze Trailer, der tatsächlich jetzt auch schon echt jetzt mittlerweile irgendwie elf Stunden vorher geleakt wurde, also, der, der wurde nachts um halb eins oder so, um eins bin ich wach geworden, hab gesehen, ach, die Scheiße ist ja hier alles, äh, schon geleakt, na gut, dann guck ich mir das mal an und dann dachte ich mir, mach ich jetzt heute eine kleine Reaction, also, wie gesagt, ich bin absoluter GTA-Fan, ähm, das mit dem Leaks, okay, ist natürlich jetzt irgendwie für Rockstar ein bisschen schade, jetzt wurde aber ganz viel über das Datum diskutiert, also, das ist jetzt aber nicht das Standbild, was wir hier wollen, oder? Ne? So, wo haben wir denn mal hier? Auch hier? Ja, gut, ähm, ja, also, ich muss sagen, ich freu mich auf eine sehr lebendige Stadt, das ist jetzt auch das, was ich so aus diesem Trailer nehme, es wird irgendwie sehr viel mit Social Media, etc., gemacht, bin sehr gespannt auf, was es für einen Online-Modus geben wird, also, wir werden ohne Online, werden sie um das Spiel natürlich nicht rumkommen, wie das dann also funktioniert, ob man dann vielleicht sogar Online into Singleplayer irgendwie kombinieren kann, ähm, ich war immer ein großer Fan von dem Singleplayer bei GTA, bei GTA 5 fand ich es echt tatsächlich ein bisschen schade, dass sie da nie ein Add-on zugebracht haben, dass es nie weitergegangen ist, dass es immer nur diese Main-Story geblieben ist und es dann nie, äh, wirklich weiteren Content gab, ähm, berichtet mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, war da nie irgendwie ein krasses DLC, was, ähm, ja, Singleplayer-Inhalte gegeben hat, man muss aber dazu sagen, sie haben immer bis heute kostenlose, also alle DLCs, die es für GTA 5 gab, waren kostenfrei, also, ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemals aufgefordert wurde, ein Geld auszugeben, um weitere Inhalte in GTA 5 oder beziehungsweise GTA Online spielen zu können, bin ich, äh, sehr gespannt, wie sie das in GTA 6 dann, äh, lösen werden, muss dazu sagen, ähm, wenn sie jetzt sagen, sie, äh, alter, der, was, er sprüht die hier ein, ich dachte, was macht der da, ähm, wenn sie jetzt Inhalte bezüglich irgendwie vielleicht noch eine Map-Erweiterung bringen, oder wenn sie jetzt vielleicht sogar, wie jetzt auch hier und da schon spekuliert, alle Städte nach und nach zusammenfügen, weil sie, also es wird jetzt für die nächsten 10 Jahre wieder kein neues GTA geben, aber vielleicht kann man darauf hoffen, dass es irgendwie, keine Ahnung, in 3, 4, 5 Jahren, äh, dann auch ein, ähm, San Fierro gibt, oder ein Las Venturas, oder das, dass man die gesamte Map irgendwann spielen kann, mit Los Santos nochmal dazu, ich würd's mega feiern, bin aber natürlich auch, mh, nicht so hoffnungsvoll, was das angeht, ähm, weil ich glaube, dann wird das Spiel einfach zu krass groß, aber vielleicht, ne, ist es ja so, hier soll es wohl so sein, dass Miami einfach viel Landschaft hat, dass, äh, oder bei City viel Landschaft hat, dass es auch kleinere Städte gibt, ich hab irgendwie eine Map gesehen, äh, wo dann auch hier und da noch ein paar Airpods, äh, sind, weil wir hier GTA 6 Map, ähm, also das ist, äh, basically das, was ich jetzt auch, äh, gesehen hatte, also das war GTA 5, und das ist jetzt auch das, was ich so für am wahrscheinlichsten halte, dass das tatsächlich dann die Map wird, man sieht natürlich schon, wenn man der Skalierung glauben kann, dass es deutlich, deutlich größer werden soll, also deutlich, deutlich größer, und dass auch hier gerade so ein Strand, also allein der Strand, wenn du nur diesen Strand jetzt hier mal so rüberziehst, ist ja fast so groß wie ganz Los Santos, ja, alleine dieses Gebiet, Washington Beach und Vice Point, äh, wenn man jetzt noch Vice Port dazu nimmt, ist ja schon eigentlich so groß wie Las Santas, und dann ist ja hier noch Downtown und der ganze andere Kram, aber ich glaube, das ist alles nicht offiziell, ähm, auch Starfish Island und so, Starfish Island war, glaube ich, damals nur diese kleine Insel in der Mitte, in Vice City, I guess, ähm, wo, äh, Ricardo Diaz gewohnt hat, und da die ganzen Reichen gelebt haben, und dann hast du halt links und rechts die Städte gehabt, also, nichtsdestotrotz, auch hier hast du eigentlich schon das Feeling, dass du zwei Städte hast, das hier haben wir ja theoretisch eben sogar schon gesehen, in dem Trailer, also diese, diese Brücke hier, wenn man so will, ähm, da gab es ja theoretisch eben schon, äh, genau diese, äh, Szene, wenn wir das jetzt hier nochmal anschauen, das hier meine ich, also das ist wahrscheinlich hier sogar Starfish Island, und dann fährt man hier tatsächlich ein Stück, hier wird sogar noch gebaut, und da könnte man jetzt sogar noch überlegen, aha, Baustelle, vielleicht passiert mit dieser Baustelle jetzt mal was, ich glaube, in Gesamt GTA 5 ist mit den großen Baustellen nie irgendwas passiert, ähm, es wurden natürlich in Online immer mal so ein paar Orte verändert, aber nicht so wirklich grob, also könnte man jetzt hier sogar noch mutmaßen, hier geht es dann vielleicht irgendwann woanders hin, aber das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ, ähm, ich hab dazu jetzt natürlich keine, äh, gehaltvollen Infos, ich weiß auch nicht, ob es da wirklich was Offizielles gibt, geh ich jetzt mal nicht von aus, ähm, ja, Fazit, ich bin natürlich irgendwo hyped, ich muss aber auch gestehen, die letzten Jahre, äh, was so neue, große Gaming-Titel anging, war ich oft enttäuscht, bin großer Diablo-Fan, Diablo 4 hat mich nach hinten raus nicht abgeholt, also ich fand die Story einmal durchspielen gut, und mehr hab ich tatsächlich auch gar nicht gemacht, ich hab Season 1, glaub ich, ne halbe Stunde gespielt, dann wieder fallen lassen, Season 2 hab ich gar nicht reingeguckt, und, ähm, ja, das sagt natürlich schon, schon so einiges aus, obwohl ich eigentlich von dem Franchise immer ein großer Fan war, ich hab viel Diablo 3, Diablo 2 gespielt ohne Ende, das gleiche gilt natürlich irgendwie für die, äh, GTA jetzt für mich, also, natürlich ist der Hype da, natürlich freut man sich drauf, ich hab jetzt auch viele, die gesagt haben, ja, optisch ist jetzt nicht so gigakrass, aber das ist auch immer noch, glaub ich, nicht final, also das, was wir jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres in den Leaks gesehen haben, oder war das Ende letzten Jahres, bin mir grad nicht mehr sicher, das sah ja übel schäbig aus, also, das sah ja gefühlt schlechter aus als GTA 5, und da haben sie natürlich jetzt schon einiges rausgeholt, das ist ja auch der erste Trailer, steht ja auch extra bei, also, da wird es jetzt wahrscheinlich über das kommende Jahr verteilt, weitere Trailer geben, und irgendwann wird es auch den Launch-Trailer geben, und sobald es den gibt, kann man dann die Bilder wahrscheinlich auch für vollwertig nehmen, ich freu mich total auf die Stadt, ich freu mich wieder zurück nach Vice City zu kehren, äh, zurück nach Vice City zu kehren, bin sehr gespannt, wie sie es mit Online-Regeln werden, ich bin auch gespannt, ob sie sich mit diesem ganzen RP-Thema mal beschäftigen, ob es dafür dann auch eine offizielle Lösung gibt, weil bisher ist das ja sehr viel Modding, und, ähm, ja, irgendwie so gefühlt so eine Grauzone, ähm, vielleicht ist das für mich dann nochmal ein Anlass, in dieses ganze RP reinzuschauen, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr dann davon haltet, also wie stellt ihr euch den Online-Modus vor, findet ihr den so wie in GTA 5 ist gut, oder wünscht ihr euch da noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tiefe, im Endeffekt hat man natürlich viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu machen, aber der hat ja irgendwie zum Beispiel auch nie eine Stimme, hätte ich vielleicht auch cool gefunden, wenn also Dialoge für den Online-Charakter eingesprochen würden, weil da gibt es ja auch viele Story-Missionen sozusagen, viele Sachen, die man machen kann, äh, angefangen bei den Heist, und dann Hasino, und hier, und Rocker-Club, und, äh, Nike-Club, und was es nicht alles gab, also unzählig viele Dinge, Bunker, Homebase, Avenger, bla 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 bla, also da könnte man natürlich dann auch einiges noch rausholen, auch so ein bisschen zu personalisieren, was bei GTA 5 bei mir auch sehr aufgefallen ist, aber da weiß ich jetzt nicht, ob das an den ganzen Modernen und den ganzen Exploits, was das Geld angeht, inflationäres, äh, inflationäre Preise natürlich, was Autos etc. anging, also du musstest theoretisch, und das war dann so preislich so ein bisschen das Ding, wenn du nicht richtig reingegreindet hast, dann hattest du nie genug Geld, um dir die neuesten DLCs in-game kaufen zu können, das bedeutet, man musste dann schon mal überlegen, kaufe ich mir jetzt hier, äh, mal so eine Kreditkarte, um mein Online-Geld aufzupäppeln, insgesamt muss ich aber sagen, ähm, konnte man das auch mit einem, mit einem sehr harten Grind, natürlich, äh, alles lösen, und, ja, das jetzt erstmal von meiner Seite dazu, ich bin auf jeden Fall hyped, das kann ich, das kann ich schon mal sagen, aber ich versuche mich noch zu zügeln, weil ich, wie ich eben schon angesprochen habe, die ganzen großen Releases der letzten Jahre, die haben irgendwie für mich nicht so eingeschlagen, das fing an mit Cyberpunk, dann irgendwie Diablo, und all diese ganzen Sachen, die man da noch so mitbekommen hat, ähm, ich bin ultra gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, ich hab da auf jeden Fall Bock, mit euch ein bisschen zu quatschen, und, ähm, ja, ich werde jetzt trotzdem vielleicht nochmal GTA 5 durchspielen, zum zehnten Mal gefühlt, ähm, weil ich einfach Bock drauf bekommen habe, aber, ja, sehen wir jetzt erstmal, was jetzt kommendes Jahr kommen wird, und zum Datum, 2025 nochmal abschließend, ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn das Spiel dann wirklich fertig ist, also wenn sie es rausbringen, und das Spiel ist fertig, man kann sich dann irgendwie drauf verlassen, dass es wirklich eine coole Sache ist, und dass es ein vollwertiges Spiel ist, und was dem Preis dann auch gerechtfertigt, ich hab da auch schon irgendwie kuriose Sachen gelesen, von 100 Euro, etc., wird man sehen, man wird auch sehen, ob Rockstar auf den, äh, Microtransaction-Train jetzt mittlerweile mal richtig aufspringt, ähm, ob man sich vielleicht auch für Echtgeld dann Klamotten kaufen kann, Autos kaufen kann, etc., ähm, das sind alles so Punkte, über die man dann auf jeden Fall nochmal sprechen muss, für mich ist erstmal der Story-Modus wichtig, kann man den Coop, Entschuldigung, kann man den Coop spielen, und wie sieht das nachhaltige Gameplay dann aus, mit Online, weitere DLCs, weiteren Solo-Content, Singleplayer-Content, oder kann man das sogar verknüpfen, und, ja, das also erstmal meine Worte, äh, zum GTA 6 Trailer, ich hoffe, ihr habt auch trotzdem Bock auf das Game, und schreibt mir mal eure Gedanken in die Kommentare, haut ihr rein!